Ja, wir haben uns riesig gefreut über die wunderbare Resonanz auf unsere erste Folge von Tante Gerdas Stammtisch. Und es geht natürlich weiter. Folge 2 kommt Anfang März, am 4. März, ungefähr ab 20 Uhr auf YouTube. Und dabei sind natürlich wieder unser wunderbarer Wirt Boris, der kroatische Wirt, mit dem Master of Slivovic, dem abgeschlossenen, und den fantastischen Gästen Lutz von Rosenberg-Lipinski und Matthias Sehling. Wir reden unter anderem darüber, zu welchen Gelegenheiten sich die Kanzlerin als Schildkröte verkleidet, oder ob Veganer tatsächlich Angst haben müssen vor Blutwurst. Seit wir Angela Merkel haben, sagt die Welt, guck mal die Deutsch. So schlimm sind die gar nicht. Die haben ja doch Humor. Und dann stehst du da draußen, dampfst deinen Chick und auf einmal hast du so einen Kinderwagen in den Nacken. Lassen Sie mich durch, ich muss zum Yoga entspannen. Jungs, was ist da los? Ja, ich bin immer so schockiert. Ich hab nur auf die Titten geschaut. Ich zieh sowas nicht an. Ich dachte immer die ganze Zeit, das ist Brad Pitt. Er hat was, ne? Ich halt das auch an den Möpsen direkt, hätte ich gesagt. Die Antworten auf all diese Fragen gibt es dann dort. Und ansonsten immer unseren YouTube-Kanal bitte verfolgen. Da gibt's alles, was wir machen. Und hier kann man uns unterstützen beim Crowdfunding, damit wir auch weitere Folgen produzieren können. Und ganz wichtig, uns abonnieren, damit Sie weiterhin nichts verpassen von dem, was wir so machen. Tschüss. Musik Bis zum nächsten Mal.